Jawohl, wir können wieder unser alljährliches Drehscheibenfest feiern. Das war in Corona-Zeiten leider ausgefallen. Letztes Jahr hat man das ja wieder stattfinden lassen bei großer Hitze, aber es kam trotzdem gut an und wir freuen uns wieder jetzt am 25. Juni ab 10 Uhr wollen wir hier wieder an der Drehscheibe feiern. Für Groß und Klein, Jung und Alt, wir haben für jeden was dabei, weil wir ja die Kinder und Jugendlichen auch mit her haben wollen. Neben den kulinarischen Genüssen und natürlich Getränken, da geht es natürlich um die Eisenbahn und bei der Eisenbahn geht es vor allem darum, dass wir unsere Sammlung im Lockschuppen, der ja hergerichtet wurde 2019 präsentieren können. Wir haben eine sogenannte Grubenbahn aufgebaut mit 600 mm Spurweite, das sieht man dann auch hier vorne. Wir haben wieder die Handhebeldressine im Einsatz. Für die Kinder gibt es eine Garten-Kleinbahn, wo sie drauf sitzen können und da im Kreis fahren können und wir werden auch für die Modellbahnen, also in Gartenbahnspur eine kleinere LGB-Anlage aufbauen. Also alles, was um die Eisenbahn herum geschieht, wollten wir hier auch demonstrieren. Ja, wir konnten natürlich nur in kleinen Arbeitsgruppen wegen Corona und auch wegen natürlich mangelnder Förderung von der öffentlichen Hand, weil da wurde das Geld natürlich knapp und konnte dafür Vereine nicht zur Verfügung stehen, konnte man nur kleinere Sachen machen. Aber dennoch ist es uns gelungen, unsere Fahrzeughalle hier fertigzustellen mit den Schiebetoren, wo wir unsere Radfahrzeuge wie Lkw, Radlader und Bühne unterstellen können, weil die standen bislang immer noch im Lockschuppen und haben da den Platz praktisch genommen. Ferner haben wir eben die Grubenbahn weiter ausbauen können, hier die Zufahrt zu der Garage. Die zwei Gleise neben dem Lockschuppen, wir sagen dazu Gleis sechs und sieben, haben wir neu verlegt und eingeschottert und die Grubenbahn, diese 600 Millimeter Bahn, weiter hinter Richtung Bumperlhölzerl verlängert. Also hiermit möchten wir und speziell ich als Vorstand der Amberger Kaolinbahn noch mal alle Interessierten und Bekannten und Verwandten zu unserem Fest am 25. Juni einladen. Ich denke, es wird für jeden was dabei sein und wir wollen mit euch feiern und auch den jungen Leuten die Eisenbahn auf diese Art und Weise etwas näher bringen. Musik